Was die Menschen fürchten, ist die Konsequenz. Hier endet alles das, was sich lenken, was sich kontrollieren und beeinflussen lässt. Und sie fangen an, nach Ursachen zu suchen, um einen Funken Mut zu schöpfen. Die Leere und der Zweifel, ist es wirklich das, was bleibt? All die Augenblicke der Freude, der festen Überzeugung, all das weiter in der stillen Dämon. Und für einen Augenblick existiert nur das Hier und Jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.